Grüße, ihr legendären Helden des Lichtes! Herzlich Willkommen zurück zu einem weiteren Part Final Fantasy 1! Ich hoffe, ihr habt die Zeit eures Lives. Wir sind jetzt hier im Sumpf und auf der Suche nach einer dunklen Höhle. Und ich weiß nicht, wie es wirklich geht, aber das könnte sie sein. Sumpfgrotte, ha? Gucken wir mal, wie stark die Gegner hier sind, ja? Zur Not gehen wir nochmal zurück und heilen uns oder so. Okay, hier sind Skelette. Das ist ein bisschen unangenehm. Den lau ich auf die Fresse. Jibre hat einen guten Zauber gegen die Husos. Dialogs! Okay, das geht eigentlich. So viel Schaden machen die gar nicht. Alter, die haben null Chance, die Jungs! Ich weiß nicht, ob wir überlevelt sind oder so, aber... Alter! Nix können die Jungs da. Okay, geben auch nix, ne? Wir wollen nämlich die Krone für den komischen König wiederholen. Das ist der Plan. Problem ist, ich habe fast alle meine MP verbraucht auf dem Weg hier hin. Das ist nicht optimal. Ah, die Mucke, ey, wie krass die einfach ist. Gut, vielleicht war das einfach der schwächste Encounter hier, ne? Wir müssen trotzdem auf der Hut sein. Ah, hier ist auf jeden Fall etwas. Breitschwert, Ehre. Und ein bisschen, ein paar Euros. Okay, ich habe bereits ein Breitschwert. Kannst du ein Breitschwert tragen? Ne, keiner kann sonst ein Breitschwert tragen. Bisschen wasted, macht nix. Gargoyle. Okay, haben wir den Jungs auf die Fresse. Oh shit, vier Treffer. Die sind schnell. Oh shit. Jibre, mein Schatz. Schlitz, schlitz. Okay, aber machbar sind sie definitiv. Dö, 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 denn. Bam, bam, bam. Nimm dies, bösartiger Schuff der Unterwels. Schmecke. Den Stahl der Schnitten. Okay Ähm Ja, die Schnitten Das sind wir hier Wir sind in der Gruppe Honig-Schnitten Und deswegen, na, ist auch egal, Leute Ist auch egal, wir gucken einfach mal weiter Die Mucke, Alter, ist einfach richtig krass Okay Ähm Vielleicht sollte ich sie verbrennen Auf der anderen Seite weiß ich nicht, wie der Boss hier so drauf ist Vielleicht spare ich mir noch ein paar MP mit Klo Und hau den einfach so auf die Fresse Auf einmal, wer werdet hier einfach der schnellste Junge In Minekraft, was ist hier los? Wieso ist er so scheiße fast manchmal? Bam, bam, bam Erstmal volles Pfund aufs Maul Den, 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 den Oh, shit, Jibre, mein Schatz So kann es nicht enden Okay, alles gut Immerhin bekommen wir ganz gut Level-Ups Ja, ist doch schön Wie stark sind wir eigentlich inzwischen? Level 12 Uiuiui, Alter Äh, Jibre Tun wir einen gefallenen Teil unseren Ass Vor allem deinen, das finde ich gut Jibre hält nix aus, der hat aber ganz schön viel HP Das ist ganz nett So Vielleicht hätte ich mit Vitra ein bisschen mehr MP gespart Aber egal jetzt Okay, ein Ekelkriecher Der kriegt auf die Fresse Und Jibre, du machst einfach Dialogs Das sollte Genügen, um die Um die anderen Haufen Scheiße wegzureggen Dialogs, Alter Bam, bam, bam Hau dir rein, Jungs Keiner legt sich mit Jibre an Äh, waren wir hier drin schon? Nein Ein Dolch, cool Das ist komplett nutzlos Noch ein paar Gargoyles Dann haue ich einfach die Fresse ein Okay Nach unseren Level-Up sind wir schneller als die Gargoyles Das ist sehr viel wert Außer Vanity, der auf einmal wieder langsam wie eine Schnecke ist Was ist los mit dem Jungen? Wieso ist der manchmal scheiße schnell und manchmal scheiße langsam? Kann mir das bitte jemand erklären? Naja, wie auch immer Wir haben es gewonnen Äh Ich schätze, ich war noch nicht da oben Nehme ich an Blutknochen Ehre Mach du mal weiter mit Dialogs, mein Junge Wir kümmern uns um den Rest Schön, dass Jibre auch angreifen kann Das finde ich sehr toll Auf die Fresse Blutknochen Wohl eher Staubknochen, wenn wir mit dir fertig sind Bitch Hä, das war gutes Geld Äh Ja, hier bin ich bereits runtergegangen Ne, ist ein bisschen witzlos jetzt Ich weiß nicht, wohin Grünschleim, okay Ne, die kriegen aufs Maul, schätze ich Oh oh Ohne Magie kommen wir hier nicht weiter, fürchte ich Und ich habe keine Ethers Ah Vielleicht soll ich doch mal zurückgehen und mich besser vorbereiten auf diesen Ort hier Das ist ja vielleicht ganz klug Feurer Bruder Haut hier rein Jungs Bam 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 Das hat immerhin gut geholfen, aber das können wir auch nicht immer machen Ich gehe tatsächlich nochmal zurück Und guck mal, ob wir nicht vielleicht ein paar Ähm Na, wie heißt das, ihr wisst schon Ein paar Ethers kaufen können Das wäre glaube ich ganz cool Also geht's auf Zurück zur Eifelstadt Hab ich gehört Weil wenn hier echte Dunkelölf irgendwo rumhängt Möchte ich dafür Mit dem auch bereit sein, ne Oh shit, der Bruder ist gelähmt Macht nix Ach ohne dich schaffen wir diesen gefährlichen Ghoul Tatatatam Okay, dann machen wir einen fetten Abgang Das gefällt mir ganz und gar nicht hier Tatatatatatatatatatー Ich meine, wir haben nicht mal Phönixfedern, wenn die scheiß am dampfen ist, ja Okay Hier sind noch ein paar kleine Spinnchen Die kriegen auf die Fresse Boink Wir waren halt auch noch nicht im Süden, ne? Ich hätte ja, wenn wir schon mal hier sind, das muss ja eine Sackgasse sein, wenn es oben weiter geht. Dann gucken wir uns hier um und vielleicht finden wir ja noch ein paar Items oder so. Ein Schatten, okay. Ich verprügeln meinen Schatten gerne, habe ich gehört. Jibri mit seinem Scheißhammer, ey. Der Schatten macht einfach nichts, ist einfach zu schnell für den Motherfucker. Ich meine, wir werden eh noch ein bisschen Cash brauchen, um ein paar Zauber zu lernen, habe ich gehört. Oh, hier geht es auch runter. Oh, ist schlecht. Dann geht es hier vielleicht eher weiter, ne? Ja, gut. Ähm, da gehen wir später mal lang. Sonst gab es hier noch rechts irgendwas, oder? Wenn hier noch irgendwo auf der Ebene optionale Schätze sind, würde ich sie gerne mitnehmen. Aber für die zweite, wo die grünen Schleime rumhängen, unangenehm. Dann würde ich lieber mal einen Abgang machen. Okay, hier ist einfach ein Scheiß. Ich habe mit einer Truhe oder sowas gehofft, aber nein. Ich kriege einfach nur den Mittelfinger ins Gesicht. Lecker. Ba, 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 auf nach Norden, auf zur Elfenstadt. Ich weiß nicht mehr genau, wo die war, aber ich bin mir sicher, wir finden sie irgendwann eventuell. Wenn wir an diesem Sumpf vorbeikommen, versteht sich. Und das ist ein großes Wenn. Ba, da, 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 da. Ja, Leute, in letzter Zeit habe ich mich ganz schön ungesund ernährt, ja? Und, äh, das merkt man auch an meinem Körper. Also, da bekomme ich einen Pickel und das ist alles scheiße. Und, ähm, äh, dann aber habe ich jetzt angefangen, wieder richtig viel Wasser zu trinken. Also, jeden Tag richtig viel Wasser. Und mir geht es einfach tausendmal geiler, ne? Das Zeug ist nicht umsonst, das Elixier des Lebens, Leute. Ich weiß, Wasser schmeckt irgendwie nach nix und, ja, es ist, äh, besser oder schlechter. Manchen schmeckt Wasser nicht, was ich nicht nachvollziehen kann, weil, Bruder, die Scheiße schmeckt einfach nach nix. Das ist so, als würdest du sagen, Luft schmeckt scheiße. Ähm, aber, ist schon geiles Zeug. Das bringt richtig viel. Ja, das wollte ich sagen. Danke für die Aufmerksamkeit. Ne, die Sache ist, in unserem Lebensmittel, je nachdem, was ihr gerne esst oder was ihr gerne macht, ne? Ähm, ist halt richtig viel Zucker und richtig viel ungesunde Scheiße, die dafür sorgt, dass das Zeug einfach lange haltbar ist. Und, ja, ist eventuell nicht allzu geil für unseren Körper, fürchte ich. Ich glaube, hier im Süden war das Dorf, ne? Dementsprechend. Äh, trinken ein bisschen Wasser, meine Brüder und Schwestern. Ja, das ist, äh, bestimmt keine schlechte Idee. Gut, außer ihr lebt jetzt in Indien oder so. Äh, oder wo auch immer, ich weiß nicht. Ich, äh, glaube in Indien ist das Grundwasser gar nicht mehr so geil. Hier in Deutschland kannst du ja Kranwasser einfach so trinken und da passiert dir nicht viel. Ähm, ah, ihr level up, sehr schön. Ja, ist halt nur ein bisschen Kalk, ne? Das ist halt das einzig Doofe an der Sache. Aber, ich meine, ein bisschen Kalk ist nicht so schlimm wie ein bisschen Dreck, wenn du woanders halt Wasser trinken würdest. Kollege und ich, wir haben mal Wasser aus dem Sumpf getrunken. Äh, nicht aus dem Sumpf, oh Gott. Aus, ähm, aus dem Teich getrunken. Weil, warum nicht? Wir waren jung und ein bisschen dumm. Ähm, hey, wir haben auf jeden Fall Wasser aus dem Dingens getrunken. Es schmeckte so komisch, da kamen wir ein bisschen weiter, guckte den Wasserstrom entgegen. Und da war einfach ein Haufen Müll drin oder so. Also, scheiße, ey. Ein bisschen Dreck reinigt den Magen, schätze ich, aber das war unangenehm, sag ich euch. Das war sehr unangenehm. Naja, was auch immer. Ähm, wie geht's uns eigentlich? Alter, wir haben schon 107 MP, wir haben mehr MP als HP, das ist krass. Jibril ist sowieso die heftigste Magie-Maschine ever. Ich schlag vor, wir werden ein bisschen unseres guten Cashs ausgeben. Senkt aus durch Ratte, ja. Ein Gegner wird gelähmt, könnte nützlich sein. Das möchte ich gern lernen. War ein Blitzerer, weiß ich nicht. Reicht, glaub ich, wenn wir Feuerer können, um ehrlich zu sein. Aber, wir haben ja hier noch Level 4 Magie irgendwo, ne? Dün, 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 dün. Was geht? Schlafrager. Gegner wird in den Schlaf geschickt, ist cool. Hast steigert die Anzahl der Angriffe, ist auch geil. Hast brauche ich unbedingt tatsächlich. Was? Magie-Level zu niedrig? Was soll das denn? Muss ich erstmal stärker werden, oder wie läuft das hier, Bruder? Ja gut, scheiße. Ich schätze, ich kann keine Level 4 Magie lernen. Das ist schlecht. Aber Jibril kann sicherlich Level 4 Weiß-Magie lernen. Wir gucken mal in den anderen Shop. Hast hätte ich jetzt echt gern gehabt, ne? Antidote-Angst. Antidote wäre sicher wertvoll. Schönen Dank, du Arsch. Okay, Rotbagger könnt das schon mal nicht lernen, das sehe ich gerade hier. Ex-Eis. Halbiert Eisschälen. Angst. Lärt alle Gegner das fürchten. Das übersteigt euer Budget. Ach, scheiße. Ja, dann fick dich halt, du Arsch. Denn da werden wir den Rest unseres Geld... Also, wir haben jetzt echt gute Zauberer bekommen. Jetzt können wir den Rest unseres Geldes hier ausgeben. Ich hätte nämlich echt gerne... Ähm... Ne Phönix-Feder? Hallo? Habt ihr sowas nicht, ihr komischen Fuck-Elfen? Anscheinend nicht. Ah ja, ich nehme ein bisschen Echo-Kraut mit. Und ne Goldnadel. Ich meine, ein Zelt davor wäre auch sinnvoll, schätze ich. Ich kaufe mal ein paar mehr. Wer hat denn schon was gegen ein paar geiles Zelte? Noch davon ein bisschen was. Äh... Noch ein paar Potions, hab ich gehört. Ja, gehen wir ruhig unser ganzes Geld erstmal aus, weil... Ganz ehrlich, was nützt uns unser Geld, wenn wir tot sind? Ja, wir müssen jetzt in einen gefährlichen Dungeon gehen, Leute. Und dafür müssen wir auch gewappnet sein, verdammt. Also, auf zurück. Ich überlege mir, euch das Ganze rauszuschneiden. Und ich glaube, das werde ich in nächster Zeit auch mal tun. Wenn wir ein bisschen weiterkommen sind im Spiel und die Laufwege ein bisschen länger sind und nerviger. Aber bis dahin... Bleiben wir einfach hier und ich erzähle euch ein bisschen was vom Live, ja? Ich habe heute Urlaub. Oder was heißt heute? Morgen beginnt mein Urlaub quasi. Morgen ist Montag. Und das ist ganz schön spannend und cool. Ähm... Und jetzt fragt ihr euch, was machst du in deinem Urlaub, großartiger Cursor 66 Kun? Das ist eine exzellente Frage, Zuschauerlein. Ähm... Ich weiß noch nicht so genau. Ich werde auf jeden Fall viel YouTube machen. Ich werde am EPG-Maker-Spiel arbeiten, was ich, äh... Noch gerade am Werkeln bin. Habe ich, glaube ich, gar nicht erzählt in einem Video oder so. Ist auch nicht so wichtig. Ist eigentlich nur so ein kleines Spiel. Für meine Freunde und mich. Einfach nur so für Fun. Und, äh... Das werde ich wahrscheinlich zu Ende bringen. Das voll mit Insidern und so. Das ist echt cool. Ähm... Ja... Und wahrscheinlich werde ich sehr viel Final Fantasy 1 spielen, habe ich gehört. Oder was auch immer. Mal gucken. Ähm... Golfig werde ich auch richtig viel zocken. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich denke, ich werde Classic Korines wieder anfangen in der Zeit. Weil, wenn ich Urlaub habe, habe ich halt einfach auch ein bisschen Zeit, ne? Und dann kann man auch ruhig ein bisschen dieses Grinden machen. Und sonst werde ich ganz schön viel Super Smash Bros zocken. Und da habe ich richtig Bock drauf. Und Octopath Traveler, weil... Das ist ziemlich krass, Alter. Aber auch ein sehr farmlastiges Spiel, fürchte ich. Aber... Was soll ich sagen? Ich habe richtig Bock. Okay, wir sind zu weit nach Norden. Das ist schlecht. Aber langsam verstehe ich, wie dieser Kontinent hier aufgebaut ist, ja? Das ist schon mal ganz gut. Ich hoffe nur, wir kommen klar in dieser komischen Höhle da drüben. Wird uns ein bisschen doof. Ich meine, eigentlich kann ich für sowas auch meine Magie verwenden. Äh, wir haben eh Zelte dabei. Dann können wir uns ausruhen, bevor wir in den Dungeon gehen. Das ist, glaube ich, eine ganz coole Sache. Jetzt ist egal, weil jetzt haben wir eh alle fast weggerackt. Aber ihr wisst schon, später. Bum, 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 bum. Volles Pfund aufs Maul. Na, 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 na. Wir wollen in den Westen, Bruder. Hm, hm. Hier zum Beispiel. Äh, machen wir doch ein schönes Feuer. Oh, ich habe gerade voll das Déjà-vu. Naja, whatever. Bum, bum, bum. Ist ja nicht so, als hätten wir jetzt das erste Mal einen Oga bekämpft, ja. Den Haufen Scheiße. Nix haben wir hier drauf, ne. Mein Gott, aber die Encounterrate ist einfach unendlich hoch hier. Naja, wir hatten nur schon bessere Zeiten tatsächlich, aber ihr wisst schon. Momentan sind hier recht viele Encounter. Auf der anderen Seite, Geld und DP können wir wohl immer gebrauchen, weil wir dieses Spiel durchspielen wollen. Ich weiß nicht, wie schwer es wird, später. Ob das jetzt voll das Hardcore-Game ist oder nicht. Deswegen, desto weniger ich später grinden muss, um weiterzukommen, desto besser, würde ich sagen. Das ist also schon okay. Feuerer, Bruder. Haut hier rein, Jungs. Oh, Feuerer ist so ein geiler Angriff. Die Animation ist auch richtig zufriedenstellend. So, schüss, du Arschloch. Ba, 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 ba. Okay, hier bin ich falsch, hey. Gott verdammt. Und dabei dachte ich, ich könnte mir schon ein bisschen vorherahnen, okay. Was ist das für ein Ort und wie sieht der aus und wo muss ich lang? Aber nope. Wir erinnern immer noch durch die Gegend, hey. Richtig Laguna-Vibes hier. Oh, Firefly Fantasy 8 war auch so ein geiles Game. Habt ihr Firefly Fantasy 8 gespielt oder vielleicht sogar bei mir gesehen, Leute? Ah, so geil. Ich muss sagen, als Kind mochte ich Firefly Fantasy 8 gar nicht. Weil mein kleines Kinderhörn zu dumm war für das Kopplungssystem. Da war ich noch jung, also neun oder so. Oder zehn, was auch immer. Vielleicht ein bisschen älter, sogar elf oder was auch immer. Ja, irgendwie so. Und eventuell war ich ein bisschen zu dumm für die Scheiße. Und ich hab die Story auch so gar nicht gecheckt. Ich meine, auch heute ist die Story ein bisschen weird. Spoiler, Firefly Fantasy 8 übrigens. Dass sie alle dann zusammen in einem Ding aufgewachsen sind, weil sie sich alle vergessen, weil sie hin und wieder fucking GFs einsetzen. Ah, das ist ein bisschen dumm. Das ist einfach ein richtig dummer Plotpunkt. Aber hey, nichtsdestotrotz, ein cooles Spiel. Und eins der leichtesten Final Fantasy ist, wenn wir ehrlich sind. Äh, im Late Game jedenfalls. Ohne Scheiße, es ist so leicht, in Final Fantasy 8 OP zu sein. Das ist unglaublich, ne? Wie einfach es ist. Anfang des Spiels übrigens, ein kleiner Pro-Tipp-Zwinker. Hab ich, glaub ich, auch bei meinem Let's Play gemacht, aber ich sag's euch mal trotzdem. Ähm, am Strand gibt's solche Fischmonster. So, also direkt am Anfang, wenn ihr rausgeht und Ifrit holt, gibt's am Strand solche Fischmonster. Den haltet ihr dann auf die Fresse, bis ihr Fischflossen bekommt. Und dann lernt ihr mit, ähm, Shiva, glaub ich, Magiewandler. Und dann könnt ihr die Fischflossen zu Aquamagie machen. Und Aquamagie in Stärke gekoppelt. Ist einfach der größte Bubba-Move, den ihr euch vorstellen könnt, ja? Aber das ist richtig gut. So, erstmal ein bisschen chillen, Alter. Lecker. Okay, shit. Gucken wir uns unten um. Badabada, badabada, badabada. Also, ich mein, unten im Screen und aber auch unten im Dungeon. Ihr wisst schon, eine Ebene unter. Äh, ja, genau. Ich hab das Gefühl, wir wollen ein bisschen Spaß umgehen mit unseren MP. Wer weiß, wie groß dieser Dungeon ist. Also, halt dich zurück, Jibril. Halt dich zurück, mein Junge. So, wir gucken mal. Badabada, badabada. Schätze, ich bleib einfach am Rand und guck, wo ich hinkommen kann. Ah, guck mal, da ist schon irgendetwas, wo wir reingehen könnten. Hier sind noch ein paar Zombies und so. Ah, die haben halt nix drauf. Ich hau den einfach auf die Fresse. Ah, wohl. Man, Juri ist jetzt verwirrt. Das ist schlecht. Ja, weißt du, was? Wir machen trotzdem mal Dialogs. Dun, dun. Schlitz, schlitz. Dun. Oh, ja, Dialogs war eine gute Entscheidung von mir. Haut ihr rein, ihr Forzen. Pam, 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 pam. Very nice, Jibril. Gute Arbeit, mein Sonnenschein. Gut, dass die Lehmann nicht bleibt. Das wär sonst ein bisschen nervig. Okay, hier ist auf jeden Fall noch ein Item. Okay, oder auch einfach nur Geld. Ich finde, Geld ist so langweilig als Loot. Also, ist natürlich oft ganz nett. Vor allem, wenn man damit auch viel anfangen kann, wie in diesem Spiel Magie lernen und sowas. Das ist halt schon echt cool. Aber, wenn wir ehrlich sind, ist jetzt nicht das Allerneiceste. Da freut man sich eher über eine coole Waffe oder so. Wobei, was ganz schlimm ist, ey, verpiss dich, du Arschloch. Ich muss ja durch. Du Forze. Geh weg! Komme ich eigentlich an diesem Dildo-Ding vorbei? Ach, fick dich doch. Wir gehen einfach da lang. Ähm. Oh. Anscheinend war ich hier schon. Das ist so langenehm. Na gut. Irgendwo muss es hier ja weitergehen, würde ich sagen. Einfach auf die Fresse, Jungs. Ich meine, als Manuel gekrittet hat, haben wir die Dinge auch mit normalen Angriffen weggerackt. Aber so brauchen wir tatsächlich ein bisschen Schwarzmagie für die Haufen Scheiße. Sonst wird das nichts. Oder wir fliehen vor den Encounter halt, ne? Wäre auch doof. Leider haben wir keine Äther. Aber, naja. Du kannst nicht alles haben. So, wir machen nochmal Dialogs, weil die Haufen Scheiße. Die können uns leben. Das ist ein bisschen unangenehm. Schlitz, Schlitz. Was für ein episches Quartett wir hier doch haben. Ja, ja. So, möge Enos heiliges Licht euch verbrennen oder so, ihr Arschlöcher. Ich glaube, ich kann dafür aber, also dafür, dass es hier Weißmagie, Angriffsmagie gibt, kann ich hier keine, ähm, keine Heilmagie auf die Gegner ballern. Das geht, glaube ich, nicht. Ja, hauen wir den einfach auf die Fresse. Das sind nur ein paar dumme Gargoyles. Die können nix. Oh, shit. Da fällt mir ein, den Heilungszauber, also quasi das Gruppenvita, hätte ich eigentlich mal mitnehmen können für Gibril, ne? Ja, unangenehm. Very unangenehm. Naja, was soll's. Erstmal Level Up für all die Boys, sehr schön. Hier ist einfach ein Scheiß. Danke für nichts. Bruder, wohin mit meinem Leben? Hier muss doch irgendwo diese dämliche Krone sein, du Arsch. Erstmal alles verbrennen. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, aber Spinnen waren immer schwach gegen Feuer. Das ist eine alte JPG-Regel, hab ich gehört. Los, Feuer, verbrenn diese süßen kleinen Fratze. Scheiße, das war weniger schade, als ich erwartet hab. Eventuell sind diese Spinnen nicht so schwach gegen Feuer, wie ich es gerne hätte. Naja. Bam, bam, bam. Okay, fuck, wohin mit meinem Leben? Das ist ziemlich abgesperrt hier. Das heißt, hier gehen wir mal rein. Ah, fuck, hier war ich auch schon, ne? Ja, natürlich war ich hier auch schon. War ich auch hier? Ah, da sieht man einer, guck. Hier waren wir doch noch nicht. Nice, Bruder, unter Geschoss 3. Gott, hier nach oben zu laufen, wieder wird die Hölle. Wir gehen erstmal komplett straight nach rechts und gucken, was da ist. Das war mir für eine Sackgasse. Ein Blauschleim. Okay, ich schätze, ein normales Feuer sollte genügen für den Aufwand scheiße. Au, Alter, das war ja uncool. Oh, never mind. Die kriegen sogar tatsächlich Schaden von physischen Angriffen, das ist cool. Dann sparen wir uns die MP. Ja, hier, noch ein bisschen Vita, ne? Lecker, schmecker. Ist Vitra vielleicht sogar, ne? Also Vitra kostet wie viel? Steht hier nicht, ne? Bullshit. Ah, doch, da oben. 10, okay. Das kostet halt nur 3. Ja, lohnt sich da halt immer noch mehr Vita einzusetzen. Wieder. Also wir brauchen halt eine schnelle Heilung. Ui, Alter. Toll, nur ein paar Euros. Euer Geld ist mir egal. Was haben wir hier? Ein Scheiß, danke für nichts. Ba, 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 ba. Gott, ich hab das Gefühl, wir laufen einfach im Kreis. Verbrennen wir ein paar Schleime, Leute. Feurer. Hau da rein. Oh, erinnert mich ein bisschen an Final Fantasy X, diese Vibes, wie diese Schleime so cool aussahen. Oh, eine Phoenix-Feder, geil. Und, äh, hat man dieses Tutorial so, äh, ihr auf den Scheiß, ihr kriegt das, die Tür ist mit den Zauberschlüssel versiegelt. Was ne Scheiße. Die wohl auch. Ihr kriegt das eh nicht gebangen mit eurem Nacken. Angriff, lass mich mal ran. Lulu hat die einfach dann alle weggerackt mit ihrer Magie. Ah, das war cool. Und, äh, je nach Farbe des Schleims, hat es halt eine andere elementare Schwäche. Aber elementare Schwäche sind nicht so das, das Ding hier in dem Game, glaube ich. Ich meine, sonst, äh, wenn die Spinnen gut verbrannt. Wenn ihr versteht. Oh Gott, wenn ihr versteht, was ich meine. Entschuldigung. Noch ein paar Euros. Lecker. Aber immer noch nicht das, was ich haben will. Gib mir die fucking Krone, Bruder. Ah, shit. Unsere MP gehen langsam aus. Irgendwann muss ich von diesem Schleim fliehen und kann sie nicht einfach wegragen. Mit Zauberkraft. Naja, dann ist es halt so. Ich hoffe, der Gegner ist nicht immun gegen Magie. Das wäre ein bisschen doof. Ah, bei Enos. Aber diese Gargoyles hier, die sind doch alles chillig. Die machen zwar ein bisschen Schaden, aber die geben auch gut EP. Dementsprechend ist das alles cool. Aufs Maul. Aua, Alter. Sehr nice. So, hier ist auch einfach gar nichts. Ich fürchte, überall ist so eine komische Scheiße und wir müssen alle absuchen, oder? Ah, ist so langenehm. Waren wir uns das Leben hier ein bisschen leichter? Nee, ich muss MP sparen. Wir greifen mal nochmal an. Ja, guck mal, die machen eh kaum Schaden, die Husos. Und werden eh von Manuel gewonnen. Oh, shit. Wir sind vergiftet. Das ist schlecht. Ich meine, Jibril, der ist ein erfahrener Weißmarke. Der kann uns da helfen, aber... Shit. Irgendwann geht jetzt erstmal aufs Maul, habe ich gehört. Jibril! Heile mich, mein Schatz. Oh Gott. Es wird immer schlimmer. Anti-Dots. Irre. Ja, wir heilen den Bruder mal gleich, ne? Nach dem Kampf. Wer hätte gedacht, dass die Dogos vergiften können? Das ist ja unangenehm. Jibril, ich brauche deine magischen Kenntnisse. Auf Ehre. So, dann brauche ich noch eine Vita auf ihn. Ja, und setzen wir mal Vita auf ihn. Und Vita auf dich selbst. Halt nicht mal voll. Was für eine Scheiße. Oh, dann gehen wir weiter. Bam, 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 bam. Gut, hier ist schon mal ein Scheiß. Ob mir das wirklich irgendwas bringt. Vielleicht ist ja irgendwo hier irgendwas Hüte gefunden. Und hier ist einfach eine leere Truhe. Okay. Das ist ein bisschen weird, aber okay. Hauen wir den Jungs hier auf die Fresse. Du machst mal Dialogs. Du hast noch genug MP für so eine Scheiße. Dialogs, Alter. Gut, kein Schaden auf den Wurm, das ist mir klar. Aber darum kümmern sich schon die anderen Jungs, Alter. Haust du rein, du, auf den Scheiße. Aber eine leere Truhe, was eine Kacke. Also können die auch einfach so auftauchen? Ach. Ach, das ist unangenehm. Alter, ihr verfickten Fledermäuse. Geht mir aus dem Weg. Gott, was für asoziale Haufen Scheiße. Schlitz, Schlitz. Gut, wir checken noch, was hier ist. Ui. Oh, ich glaube, das ist nicht so cool, oder? Psycho-Dämon. Ob die uns wegragen? Das ist ja unangenehm. Na ja, hauen wir dann einfach auf die Fresse und gucken, was passiert. Oh mein Gott. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Oh, oh. Okay, aber die halten echt nicht viel aus. Immerhin. Immerhin. Gut, hauen wir auf die Fresse. Du machst mal bitte ein Vitra auf Vanity und Zuo, mein Lieber. Wirfst mal eine Phönix-Feder, Alter. Bam, bam, Alter. Oh mein Gott. Wie sind die nur so stark? Aber egal. Wir können den Kampf gewinnen. Dün, dün, dün. Wow. Was ne Scheiße. Oh, ist schlecht. Ich glaube, die sind schneller als wir, ne? Wir ballern unser Feurer raus. Und dann machst du Vitra auf ihn und du greifst weiter an. Oh Gott. Feurer! Fress das hier auf den Scheiße! Psychodämon, mein Arsch! Sehr schön. Einer ist schon mal down. Kommt schon, Jungs! Sieht nicht gut aus. Also, eventuell werden wir nochmal zurück müssen. Weil Jibri jetzt die Fresse poliert bekommt. Ah, vielleicht... Oh nein! Wir haben es geschafft! Sehr gut! Nice! Kohle erhalten! Irre! Okidoki. Hier ist wohl doch nicht der Dunkel-Elf Spasti. Cool! Dann machen wir einfach einen Abgang, würde ich sagen. Aber, das machen wir dann im nächsten Part. Haut rein! Tschüssi! Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!